Herzlich willkommen zum Thema persönliche Schutzausrüstung, kurz PSA. Wer am falschen Ort die falsche Kleidung trägt, setzt sich einem erheblichen Risiko aus. Das kann zur Überlebensfrage werden. Vier generelle Gefährdungen habe ich hier für Sie im Überblick zusammengefasst. Elektrischer Strom, Stromschläge oder Lichtmütze stellen eine große Gefahr für ihre Gesundheit dar. Im Folgenden sehen wir uns die sechs wichtigsten Arten Ihrer persönlichen Schutzausrüstung an. Können Sie uns und dem Kollegen hier helfen, indem Sie die Kopfhörer platzieren? Nur eine wird in der Dunkelheit wirklich gesehen und zwar die mit Reflektoren. Ihr Arbeitgeber hat sich viele Gedanken um Ihre Sicherheit gemacht. Er sorgt dafür, dass Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung immer zur Verfügung gestellt bekommen. Sind Sie bereit? – Herr, verruh! – – – Vielen Dank.